Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Starbound Und ich werde angegriffen, Hilfe, die Aliens, die kommen Und lassen es Säure regnen? Okay, never mind Nein, das war natürlich der Haringa alias Venus Mit seinem Saber Sword Na gut, auf jeden Fall haben wir hier ein Infinite Express oder so Und da werde ich ganz kurz Sachen verkaufen, auf jeden Fall Faust, wir setzen, die bringen halt was ein So Und kaufen wir dann mal eben, naja Irgendwas Sinniges Zum Beispiel Raw Bacon So Und hier kommen schon ganz viele Leute Hey, 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 bleib Bleib, 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 bleib mal stehen Okay, du hast nichts Hier ist nichts drin Hier ist ein Hundi Hundi kann man angreifen, will ich aber nicht Hier ist noch jemand Der will auch nichts Okay, dann gucken wir mal Gibt es hier irgendwas zu tun? Hat hier jemand? Ah, da ist jemand mit einem Aufrufezeichen Da will ich hin Aufrufezeichen, ich komme Oh Gott, laggy, laggy Hey, typen mit Aufrufezeichen Ich bin developing Technologie That will Enable Enable The user To swiftly Dash From one point To another But But I'm Laking A Few Crackle I don't know A Combination For my Prototyp Could you help Me by Bringing Me 10 Copper Pass Ehm Okay Wie viele Kupfer hast du? Ja, Sekunde Das selbe Idee wie ich gerade gedacht habe Okay, das geht nur wahrscheinlich draußen oder auf einem Heimatplaneten quasi Oh Am Schiff denke ich mal Ich port mich mal kurz zum Schiff Okay Oops Just mir gerade mein Teil geklaut Mehr oder minder Sorry Äh, ja 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 Kofferbars Ich hab ein bisschen was Aber es reicht nur für drei Man sollte auch dranbleiben wenn man Okay, du hast ein bisschen mehr offenbar Gut Okay, hier kann man irgendwie Sachen machen Okay Äh, ich geh mal wieder auf den Planeten und hol mir noch Äh Naja Kupfer Oder hättest du noch welche gehabt? Fragezeichen Erde am fressenden Haringa Ah, was? Hättest du noch Kupfer gehabt oder hast du selber nicht viel? Kupfer Ja Egal Ähm Autsch Nicht schlau Okay Ihr solltet vielleicht mal auf die Taschenlampe wechseln Ich glaube wir müssen nach links Ja Wir müssen nach links Ich weiß gerade gar nicht wo du bist Links Ne Mehr sind Na gut Dennoch die Taschenlampe wieder zücken Au So weit runter ist das nun auch wieder nicht Hier aber eher Oh Gott Oh Gott Irgendwelche komischen Viecher Einfach schnell weiter Einfach schnell weiter Einfach schnell weiter Oh, 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 oh Ich werde Ah, ich werde sowas von sterben Ja, ich werde sterben Naja, ich bin tot Haha, verdammt Okay Nice Nice Ja Dann Meine ganzen Sachen wiederholen Erstmal Freu Nicht Mich nicht Äh, genau Ein paar zu viele Gegner Und dann noch in eine Schlucht springen Das ist immer Besser Kombination Oh Gott Okay Beam Animation darf ruhig irgendwann auch mal durch sein Haringa, sag mal bitte was Was? Okay Alles läuft noch Das ist prima Ich hänge nur in der Beam Animation fest Das ist Weniger cool Spiel Scheiße Spielabsturz Was? Nein Nur eine Mission verhauen Scheiße Nochmal verhauen Na, egal Äh Sag mal Gut Ähm Bei mir schmiert gerade das Spiel ab, Leute Es tut mir leid Wisst ihr, wie es hängt sich gerade auf Oh Gott Wie schafft Hm Wo hast du dich denn hin teleportiert? Von wo? Von mein Schiff auf dein Schiff Und dann von deinem Beamer aus auf den Planeten Wollte ich eigentlich runter Aber Auf den ganz normalen Planeten? Jaja Achso Hm Aus Gründen hat jetzt äh Starbound gesagt nö Aber da jetzt läuft es gerade wieder Nach ungefähr paar Minuten Standbild Jetzt nur schnell in die Höhle wieder rein Und mein Kram holen Oh Oh Ähm Huch, Alter, es leckt jetzt doch ein bisschen minimal. Echt? Aber nur minimal, wie gesagt. Oh Gott. Jetzt habe ich ein Standbild wieder. Gott. Nope. Oh Gott. Stimmt ja, man konnte sich nicht hochbeamen, wenn man unterirdisch ist. Ah! Ja komm, das haben wir eben schon gesehen. So, beam to ship. Oh Gott, Leute, es tut uns, also mir zumindest, extrem leid, dass es halt gerade ein bisschen sehr über ist, aber... Warte, ich versuche mal kurz was zu fixen. Oh Gott, nicht, wenn ich jetzt gerade... Okay. Jetzt bin ich relativ schnell auf dem Planeten aufgebeamt worden. Wahrscheinlich muss das eine Zeit lang erst laufen. So. Warte, ne, ich bin... bin ja hier lang. Dann bin ich ja hier runter. Dann bin ich ja hier hoch. Bin hier durch. Runter. Und... Ah, ne, warte. Hier bin ich ja rüber gehüpft. Genau. So, das will nicht. Ich hoffe, mein Kram liegt noch da. Wahrscheinlich nicht mehr, aber hey. Dann hier runter. Hier, wo ich... Anfangs dachte, dass es Kilometer weit runter geht. Und ja, hier sind meine Sachen auch gleich wieder. Ach, ist das herrlich. Ah, ne, ich bin ja hier runter geplumpst. Ja, da sind auch meine ganzen Sachen. Die liegen alle noch hier. Gott sei Dank. Weniger cool, dass mich irgendein komisches Ding verfolgt. Autsch. Oh Gott. Ähm. Schnell herausfinden, wie ich hier rauskomme. Und das heilen. Auf jeden Fall versuche ich mir jetzt mal vom Leib zu halten, erst mal. Okay. Ah, endlich besiegt. Und dann hier noch den Restkupfer. So, jetzt schnell im Rucklack die Erde ausrüsten. Da. Und damit schnell einen Weg mir nach oben schaffen. So. Kann ich hier noch weiter hoch? Ja. Wow. Wo kam der denn her auf einmal? Oh Gott. Nicht. Nein, nein. Ah. Warum habe ich eigentlich das Talent, immer in irgendeine Sackkasse zu rennen, um dann festzustellen, dass es hier nicht weiter geht? Weil ich nicht. BZW, woher kam, BZW, warum kam überhaupt so ein komischer Gorilla da rein, gerast? Weiß ich nicht. Oh Gott, das will ich denn so. Ne, das war nicht der Weg. Ah, verdammt mich noch eins. Okay. Genau, hier war das ja So, dann bin ich hier Ah, hier sind meine Sachen alle Ah Gott, und hinter mir ist schon wieder was Aber diesmal willst du mich nicht kriegen Oder doch, aber mich Nicht endgültig kriegen Weil ich vorher wegrenne So Ah Also jetzt wird es nur noch lächerlich Gottes Willen So Beam down Ich baue gleich einfach den Berg Darum ab, dann ist mir das scheißegal Gottes Willen Einfache Aufgabe Schwerer Weg oder was Ja, warte, ich bin erst so Ah, komm Ich suche jetzt einfach hier alles ab Oh Au Alter Du kriegst eins zu viel hierbei So Okay, jetzt ist echt nur noch lächerlich Was hier alles drin ist Mann Ich weiß ja nicht, was du machst, Marenka Aber ich sterbe fröhlich Binnen wir da WB Also Leute Ich gehe jetzt ein letztes Mal in diese verdammte Höhle Und mein Kram tun Wenn nicht, dann sind halt die wertvollen Sachen Und alles andere auch da drumherum Einfach weg Ich komme gleich zu dir Gottes Willen Na super Ich brauche jetzt nur einen Charakter, oder? Nein Jupp Ah, ich sterbe schon wieder Gott Ich baste mir mal einen 9 Warum? Achso, ja Weil ich alles andere komplett gelöscht habe Bis auf den Charakter, das wir natürlich baden dürfen Der war ja nicht, äh Na gut, obwohl ich war ja auch corrupted Nein, ich denke wirklich alles, Cliff Ja, das, ach Gott Das war mir schon bewusst Gottes Willen Nevermind Also Diese Höhle verflucht nochmal Wie ich sie hasse, ey Na gut, komm Hier runter Hier kann ich nicht weiter Hier runter sieht mir irgendwie sicherer aus Ah ja Zumindest habe ich hier nicht Bis mal so, dass du gerade warst Und rette dich Okay, ähm Ganz schnell verarschen Und ganz schnell Kampfmodus anschmeißen Und parallel Versuchen irgendwie Am Leben zu bleiben Gottes Willen Hi Hilfe Ja Du hast fast stehen Und ich brauche jetzt einfach nur eine Treppe nach oben Na Na Ich habe Damage bekommen Du aber noch Leben Ja, ich lebe noch Gut Gott, ich Wie lange kann ich das Warte, ich helfe dir Okay Bauch Treppen Schön weit nach oben Ah Gott So und jetzt Vorsicht Gottes Willen Hier irgendwie eine Treppe nach oben Hier Warte Du kannst ihn nicht verwunden, solange der so ist Ja, ich weiß, aber Hallo Gottes Willen Ja, okay Ich bin drauf Komm Ah Ja Ja Ah Ja Oh Gottes Willen So Ne, hier geht's nicht weiter, aber wir müssen irgendwie weiter nach oben Wo war dein Zeug, das du verloren hast? Ich habe alles wieder dabei Gut So, jetzt schräg da rechts rüber Genau Oh Gott Ah Ja, fuck Jetzt verstehst du meine Missäre, die ich zweimal hatte Ähm, da muss man hoch Okay Da muss ich hoch Na komm Ne, da komme ich nicht hoch Äh, ja oder so Ähm, hier war Plattformen, da kommen Viech Äh, ich verarzt ihn ganz kurz so Ne, Licht Genau Hier ist noch mal Untergangbereich Wupp Ah Gott, des Willen Und die Höhle wird nie wieder gegangen Das ist schon mal safe klar Vorsicht Oh Ja, 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 ja Es ist sehr viel Ich habe da die perfekte Waffe dafür Warte Aber ich glaube zumindest, dass ich alles wieder habe, was ich hatte Ja, großteilig auf jeden Fall Habe ich jetzt Okay Keine Ahnung, was das jetzt war Aber hey, okay So, Kupfer Kupfer, Kupfer, ich habe kein Kupfererz Doch, da sechs Stück Mir fehlt noch ein Kupfererz Ist das ein Erz Ah Wofür denn? Für die Mission Warte, ich kann nicht Kupfer geben, wenn du willst Okay Dann Mehr Wo bist du? Hi Warte Der ist friedlich Tötet ihn nicht Der ist friedlich Ich würde tatsächlich nochmal versuchen, euch beizutreten Gleich Okay Vielleicht ist jetzt ja etwas besser Ich teste es gerade im Survival Mode schon an Weil ein Singleplayer halt Sonst muss man mal in den Einstellungen gucken, ob vielleicht da irgendwas zu über ist Für Ich werde da gleich auch nochmal was runterstellen, definitiv Egal, ob das zu hoch ist oder nicht Grafics So, jetzt habe ich auch Essen We are steam friends, ja, das ist in Ordnung Speech bubbles, ja, target titles So, und wieder was essen So Da muss ich mich mal abbeamen Sollte ich vielleicht nicht unbedingt unter irgendetwas stehen Dann mal Einfach aus Prinzip noch hier was einschmelzen Wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe, habe ich die Auflösung mal einen Ticken runtergestellt Alles klar So, und dann beam To the Outpost So, ähm Ich versuche nochmal, euch beizutreten Jo So, zum Außenposten-Teleportieren dauert auch wieder Eck-Aubritant Spielbeitreten Aber geht noch Ich habe mir jetzt einen neuen Charakter gebastelt Ich habe genug Namen für Charaktere, keine Ahnung Okay, ich muss doch nach rechts latschen statt nach links Please, komm, Maya, kruhblablabla, universe, deeper on it, use... Sooo Okay Okay So, okay So, okay So, okay So, okay